Hallo meine Lieben, heute mache ich diese Motivtorte in Form von einer Corsage. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich habe diesmal einen Nusskuchen gebacken. Das Rezept schreibe ich euch natürlich wie immer unten in die Infobox. Für die Brüste sozusagen habe ich wieder meine kleine Ikea Schüsselchen genommen, wie in meiner Busentorte auch. Das Video verlinke ich euch auch unten in die Infobox. Ich habe mir vorher eine kleine Vorlage zugeschnitten und jetzt schneide ich mir mal das Corsage so in etwa zurecht. Den Kuchen habe ich mir in der Mitte geteilt und jetzt ziehe ich mir mit einer Ganache einen Rand, da ich den Kuchen mit einer nicht fondant-tauglichen Füllung füllen werde. Wenn ich das gemacht habe, setze ich noch meinen zweiten Rand oben drauf und stellen dann für eine halbe Stunde circa im Kühlschrank. Danach kann ich dann die Füllung einfüllen. Und jetzt kommt auch schon die erste Schicht Ganache drauf, um meine Krümel zu binden. Der Kuchen wandert jetzt bei mir für circa eine halbe Stunde im Kühlschrank, damit die Ganache schön fest wird. In der Zwischenzeit bereite ich mein Cakeboard vor. Dafür habe ich mir eine Kaba-Platte zurecht geschnitten, mit Lebensmittelkleber eingepinselt und mein Fondant schon mal ausgerollt und jetzt auf das Cakeboard gelegt und ein Smoothie drüber gegangen, um zu glätten. Hier befestige ich jetzt gerade noch ein rotes Band an meiner Kaba-Platte und zwar befestige ich die mit Stecknadeln. So, mein Kuchen war jetzt eine halbe Stunde im Kühlschrank und jetzt kommt die zweite Schicht Ganache drauf, um das Ganze zu glätten. Hier setze ich jetzt sozusagen noch die Brüste auf und die werden natürlich dann auch noch mit Ganache eingestrichen. Ja, da gehe ich jetzt die Brüste mit hautfarbenem Fondant ein. Da habe ich jetzt die Brüste weißen Fondant mit der Farbe Ivory von Wilden eingefärbt und das gibt einen wirklich schönen Hautton. Ich schneide dann den Fondant erstmal grob ab und dann gehe ich mit meinem Gläder drüber. Jetzt habe ich meinen roten Fondant ausgerollt und decke jetzt den unteren Teil meiner Torte ein. Ich lege dafür gerade wieder die Folie über die Torte drüber, ziehe die ab und streiche dann den Fondant glatt bzw. ich ziehe ihn etwas gerade und dann fahre ich dann mit der Handkante wie immer an der Torte entlang runter. Gehe mit meinem Gläder drüber und schneide dann wieder die Kanten grob ab. Da ich jetzt wieder vermeiden möchte, dass Fondant auf Fondant liegt, fahre ich mit meinem Cutter über den Fondant drüber, wo sich die beide Farbe überlappe, mache dann überschüssige Fondant ab und dann klappe ich den roten Fondant nach vorne und ziehe dann den unteren Fondant gerade ab und so kann ich das dann gerade Kante an Kante anlegen. Und mit meinem Smoother gerade drüber gehe und schön glätte. Jetzt fahre ich auch mit dem Cutter um die Torte schön rum, dass ich den Fondant auch bündig mit der Torte abschließen kann. Hier bereite ich jetzt mir die Röscher vor oder fange die Röscher an. Dafür habe ich mir Fondant ausgerollt, eine Streife ausgeschnitte und dann raffe ich das gerade so zusammen und bringe das an der Torte dann Stück für Stück an. Bis zum nächsten Mal. Und dasselbe mit der Röscher mache ich natürlich auch im Beinbereich. Hier presse ich mir mit meinem Extruder noch strenger aus, die ich zur Verzierung noch benötige. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Damit ich auch noch einen schönen Abschluss an der Torte habe, habe ich mir jetzt nochmal schwarzen Fondant ausgerollt und schneide mir gerade schwarze Streifen zurecht, die ich dann unten gerade befestigen werde. Der Wunsch war, dass die Torte wie Lack aussieht und somit pinsel ich jetzt die komplette Torte mit Lebensmittelkleber ein. Das gibt wirklich einen super schönen Lack-Effekt. Na jetzt hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat, ihr das nächste Mal wieder bei mir einschaltet, über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich freuen und besucht mich dort auf meiner Homepage, Instagram oder Facebook. Bis dann, tschüss!